Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg auf Stellensuche und für diesen müssen wir insgesamt 10 von den Druststeinen in Drustwahr aufsuchen und lesen. Und dazu bin ich hier schon im Stealth, denn hier sind doch relativ viele Mobs. Und ich habe, wie gehabt, wieder mir ein paar Makros rausgesucht mit hier TomTom-Koordinaten. Die werde ich euch selbstverständlich auch einmal unten in die Infobox reinposten. Und ich würde sagen, wir laufen die jetzt mal nach und nach ab. Als Erste haben wir hier den ersten Stein, der müsste irgendwo hier, ah, schau mal, der Zyklus ist das, hier ganz im Eck drin. Den klicken wir jetzt mal an. Oh, und ich bleibe sogar in Stealth. Da haben wir das Erste abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir packen es dann gleich zum nächsten. So, dann kommen wir zum zweiten Stein. Und zwar ist der zweite hier ein wenig rüber. Und zwar auf den Koordinaten 2757. Und der befindet sich hier im Wasser. Und zwar hier unten. Also hier sind diese zwei Wasserfälle quasi. Und zwischen denen ist der drin. Einfach anklicken. Und dann haben wir den nächsten Opfer, heißt der. Und ich würde sagen, wir starten weiter durch. So, dann kommen wir zur Nummer drei. Und zwar haben wir dann hier der Baum. Und das befindet sich wieder in dem Gewässer. Und zwar hier in dem Fluss auf den Koordinaten 2748. Und dann liegt das Ding hier einfach drin. Relativ unscheinbar. Da muss man schon echt wissen, wo es liegt, dass man das Ding hier auf dem, ja, Seeboden quasi findet. So, dann kommen wir zum vierten. Und zwar ist das jetzt schon ein bisschen besser versteckt. Wir müssen nämlich einmal hier um den Berg rumlaufen. Ich denke mal, wenn ihr hier gequestet habt, kennt ihr hier diese Straße schon, die einmal, wenn dann hier um den Berg rum geht. Oder ihr könnt auch hier, wie ihr seht, von unten hochlaufen. Das ist halt hier so ein Serpentinenweg quasi. Einmal nach oben ist quasi beides möglich. Und dann müssen wir hier zu diesem einen freundlichen Drust in die Höhle rein, den ihr vielleicht schon kennt. Wo ich mich beim Leveln schon gefragt habe, was das für ein cooler Baumbär ist. Ob ich da auch mal so einer werden kann. Und hier ist es so, dass wir das Ding hier hinten versteckt haben. Und zwar ist es hier drin, Hüte des Waldes heißt es. Und damit haben wir das vierte abgeschlossen. Ich würde sagen, wir schauen gleich weiter zum nächsten. Nochmal hier vielleicht auf der Karte auch. Hier oben ist es quasi in der Höhle drin. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar zum Konstrukt. Der Druststein. Der ist hier unten. Ich bin jetzt einfach gerade hier oben von der... Ach, die Wasserspiegelung ist ein bisschen blöd. Hier oben war quasi die Höhle. Und ich bin hier quasi runtergesprungen. Da, wo wir dann auch später hochlaufen können. Also hier wäre dann der Weg auch nach oben zu unserer Höhle, wo wir eben waren. Sprich, hier hochgeschlängelt. Und hier unten liegt dann quasi der nächste Stein, der Konstruktestein. Und den klicken wir jetzt auch mal an. Und zwar sind wir hier auf den Koordinaten 50, 42 hier unten in dem Flussbärten. Ich würde sagen, wir kleimen den Berg jetzt wieder hoch. Und zwar gehen wir zum nächsten hier nach oben. Dann sind wir am nächsten Druststein angekommen. Und zwar ist der hier oben bei den Koordinaten 46, 37. Und dort ist er auch wieder hinter einer... Ja, hinter einer Mauer. Und zwar haben wir den hier. Druststein Konflikt. Einmal angeklickt. Haben wir ihn auch noch eingeheimst. Und ja, jetzt geht es schon zu den letzten zu. Wir haben jetzt noch vier Stück offen. Und die sind alle hier so ein bisschen in den Bergen. Ich denke mal, da muss ich jetzt ein bisschen rumklettern. Mal gucken. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, dann sind wir beim nächsten Druststein. Und zwar Atem aus Stein. Und dieser befindet sich hier oben. Und zwar bei den Koordinaten 59, 66. So, ich würde sagen, zum nächsten laufen wir dann zusammen mal hin. Weil ich denke mal, der eine oder andere wird sich ein bisschen schwer tun, hier hochzukommen. Ich muss jetzt auch ein bisschen gucken. Ich bin jetzt quasi hier in diesem Eisfeld, also hier unten. Und wir wollen jetzt mal zu dem da oben zusammen hinlaufen. Und mal gucken, ob wir es finden. Quasi hier relativ weit links gibt es so Serpentinen, wo wir quasi hochlaufen können. Und ich hoffe jetzt mal, dass ich das Ding möglichst zügig finde. Also hier sind wir jetzt schon mal nach oben. Und jetzt laufe ich mal den kompletten Gletscher lang. Und zwar hier müssen wir hin. Ich denke mal, das wird noch einigermaßen easy. Wie ich da hinkommen soll, keine Ahnung. Und vor allem, ich habe auch keine Goblin-Gleiter mehr. Deswegen, naja. Wobei, ich habe ja ein mobiles Aha dabei. Also, ich vergesse das immer. Stimmt, ich könnte mir ja welche kaufen. Ich habe ja sowohl ein mobiles Aha als auch mit der Stanzpfeife. Halt, wo haben wir sie denn? Hier habe ich ja auch einen mobilen Postkasten. Das ist ganz praktisch. So, dann müssten wir hier das nächste haben. Und zwar wahrscheinlich irgendwo hier hinter dem Baum. Nein. Ah, doch, hier ist es. Seht ihr das? Das Ritual. Also manchmal sind die echt, ne? Also echt ganz gut versteckt. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu dem hier weiter. Wie ich da hinkomme, keine Ahnung. Ich, ja. Wir müssen jetzt einfach mal schauen, ob wir es finden. Also der einzige Weg, der da hinten hinscheint, hier über die... Ah, schau mal her, da ist ein Gewirkspass. Okay. Das sieht zumindest schon mal gut aus in die Richtung hier. Ich werde sicher einen Goblin-Gleiter brauchen. Okay. Ich will aber da hinten rein. Also wenn ich jetzt hier lang laufe, wird das wahrscheinlich eher nix. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch irgendwo anders hochkommen. Sonst versuche ich dann mal da hinten durchzukommen. Mal hier, aber da sieht es eher wahrscheinlich mau aus, oder? Also sonst wirst du da nirgends hochkommen. Ja, wir werden es mal da hinten probieren, okay. Gucken wir mal, ob wir da rumkommen. Anderen Weg sehe ich jetzt leider gerade nicht. Ja, oder man versucht sich da irgendwie so hochzubacken, aber das ist ja bestimmt auch nicht das, was Blizzard damit geplant hat. Ah, schau mal, vielleicht können wir da um den Berg so ein bisschen rumlaufen. Äh, ich sehe mich schon ziemlich tief fallen irgendwie. Ne, da kommen wir nicht hoch, aber hier können wir entlanglaufen. Ja, also es geht schon in die Richtung, wo ich hin will. Sag mir bitte nicht, dass da Ende ist. Ah, es geht noch... Oh, war ja. Da geht es verdammt tief runter. Also einen ganz Ticken Höhenangst habe ich. Ach, ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind, ne? Könnte mir vorstellen, dass wir da nicht runter wollen. Irgendwo dahinter, hier ist das Ding. Up the Mountain steht da. Tja, ich kann mir denken, dass das hier nicht ganz das ist, was... Oh, warte mal, komme ich da jetzt wieder raus? Äh, wir machen das jetzt mal anders. Ich kaufe mir mal ganz kurz einen Goblin-Gleiter. Und dann gucken wir mal weiter. Dann gucken wir mal weiter, ob man... Ähm, naja, okay, das war... Es war ja klar, dass... Äh... Okay, kaufen wir einfach mal jetzt hier ein paar... Also ihr solltet die auch immer dabei haben. Das ist halt echt praktisch, wenn ihr nicht fliegen könnt. Dann, ähm... Ja, kann man zumindest kleine Distanzen so ein bisschen überbrücken, ohne dass man... Ganz pfeife... Postkasten... So... Jetzt haben wir zumindest wieder mal wieder 15. Gut. 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 Ne, aber das ist es definitiv nicht. Also hier kommst du nicht weiter. Ich muss irgendwo da hin. Ähm... Ich bin jetzt schon relativ in der Nähe, aber ich muss da nach oben. Und... Äh... Da werde ich mir jetzt eher hier schwer tun. Okay. Nehmen wir mal an, ich muss irgendwie, ähm... Von der anderen Seite nach oben hoch und dann dementsprechend rüber. Gut. Ich würde sagen, ich, ähm... Cutte das jetzt an der Stelle. Und wenn ich wieder oben bin, dann steigen wir nochmal ein. So, ich habe mich dann entschieden, erstmal noch den vorletzten zu holen. Und zwar, äh... Ist der hier oben. Wir sind jetzt bei den Koordinaten 37, 63. Also hier kann man einfach von dem Flugpunkt hinlaufen. Und jetzt müssen wir aber hier den Wasserfall runter springen. Okay. So wollte ich das eigentlich... Oh shit. Ich wollte eigentlich in Katzengestalt gehen. Und da unten haben wir ihn. Und zwar hier der Kreis heißt das Ganze. Also so... Druststein, der Kreis. Und jetzt fehlt uns wirklich nur noch der da oben. Und wie ich da hinkomme... Ja, hm. Schauen wir mal, ja. Ob ich das rauskriege. So, da lo, da. Jetzt sind wir wieder hier oben. Und zwar einmal wieder nach oben gelaufen. Hier in diesem Zwischengang. Und jetzt versuche ich mal was anderes. Und zwar, ähm, schaue ich mal, ob ich hier hinten hochkomme. Also quasi, dass ich einfach so den direkten Weg hier hinlaufe. Und das sieht ehrlich gesagt gar nicht schlecht aus. Also man kann hier tatsächlich hochrennen. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt jetzt. Ähm, und... Okay. Moment. Wo komme ich jetzt hier weiter? Kann ich da außen rumlaufen? Oh, weia. Ah, komm, 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 komm. Ah, doch, doch. Ich komme da hoch. Okay, gut. Jetzt muss ich bloß schauen... Ist das ganz oben auf der Spitze? Äh, schaut mal an, wie stall das ist. Okay. Krass, dass ich da überhaupt noch hochkomme. Hm, ich müsste eigentlich in die andere Richtung. Oh, scheiße. Also das, weiß ich nicht. Solche Sachen sind immer ein bisschen tricky, weil man weiß ja halt nicht, wo man abbiegen muss. Und ob man, wenn ich jetzt da rüberlaufe, ob ich dann wieder zurückkomme oder ob es dann vorbei ist. Ich probiere es jetzt einfach mal. Oh, shit. Jump jetzt einfach jetzt mal hier am... an der Wand entlang. Okay, das sieht gut aus. Jetzt bin ich aber echt in der Nähe, ne? Wo zur Hölle soll das denn sein? Das soll anscheinend... Ich will jetzt keinen Scheiß machen, ne? Ich bin jetzt schon relativ nah dran. Oh, shit. Okay. Äh, warte mal, da unten ist... Ah, da ist es. Schau mal an. Schau mal an. Okay, wie mache ich das jetzt am besten? Äh, ich habe ja noch einen Goblin-Gleiter, ne? So. Okay. Also da ist es auf jeden Fall. Also ich denke mal, ich bin schon den richtigen Weg gelaufen. Und da haben wir auch das Achievement. Also vielleicht nochmal, um es zu rekapitulieren. Ich bin jetzt also diesen Weg hier hoch, ne? Bis hierhin ist ja easy. Und dann bin ich ein bisschen hier hinter gelaufen und dann hier langsam so mich hochgeschlängelt. Äh, ja. War jetzt doch einfacher als gedacht. Ich habe ja ursprünglich gedacht, dass ich irgendwie hier so außenrum hoch muss. Aber es war ja eigentlich fast fast der direkte Weg. Ja. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. um sein schickes Achievement hier zu erspielen. Sollte euch das Ganze weitergeholfen haben, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.